Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Davey. Wir sind immer noch nicht weiter, weil er immer so overpowered ist. Ich versuche jetzt erstmal alles einzeln. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garrett! Leck! Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdurte mich nicht mehr. Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garret. Ich gebe dir die Chance zu kämpfen. Was machst du, Garret? Der findet mir sicher. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen, oder ich verdorfe mich wieder. Meistens töte ich, weil ich muss. Deinen Tod werde ich genießen. Na, lauf nicht weg von dir, Garret. Du zögerst dein Ende nur hinaus, Garret. Weißt du, was du mit dem Baron gemeinsam hast? Du bist Geschichte. Erledigt. Ich weiß, was du vorhast. Meisterdief. Sehr gut sogar. Versteckst du dich da drüben, Ratte? Ich brauche nur zwei. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Aber ich verdorfe mich wieder. Genau. Wartest du, bis uns hier alles um die Ohren fliegt? Die Stadt brauche ich nicht mehr, Garret. Weißt du, was du mit dem Baron gemeinsam hast? Du bist Geschichte. Erledigt. Garret? Garret ist weg. Lauf! Du hast Angst vor mir, was? Ich gebe dir die Chance zu kämpfen. Was meinst du, Garret? Du hast Angst vor mir, was? Keine Ratte kann einem Köder lange widerstehen. Ich bin dir durch den Kadaver dieser Stadt gefolgt. Ich finde dich! Lauf nicht weg von mir, Garret! Aber so suchen wir es nochmal! Ich werde dir die Saison erteilen. Bruder, ich verdrück. Wie heißt das jetzt? Das war dein letzter Fehler, Feigling. Wäre es einfach gewesen. Ich werde dem General eine Lektion erteilen. Aber ich verdurte mich vor. Was Endbosse immer so schwer sein müssen. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Aber ich verdurte mich lieber. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Aber ich verdurte mich lieber. Unsere kleine Jagd wird bald vorbei sein. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Das war dein letzter Fehler. Ja, Feigling! Wäre es einfach gewesen. Lauf! Einfach verschwinden! Das kannst du, was? Ich bin dir durch den Kadaver dieser Stadt gef... Ich finde dich! Ich finde dich! Bevor uns hier alles um die Ohren fliegt! Ich rieche den Gestank deiner Seele, Dean! Ich rufe! Du bekommst eine Strafe! Egal, wohin du läufst! Ich töte Menschen grundsätzlich nur, wenn ich muss. Im Gegensatz zu jemand anderem. Ich folge keinem. Oder? Oh Gott! Endlich hast du es geschafft. Endlich! 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 Ich habe schon alles gut gemacht. Das ist der Laufstuhl, der ist gesammelt. Ich habe unser Absatz, der Laufstuhl, der Laufstuhl, der Laufstuhl. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020